Das können wir uns ja dann wieder zurückgeben. Das ist ein wunderbarer Aufblick, wo wir sehen, dass wir da kommen, das ist La Valle des Fonds des Parcs. Das ist auch nicht so weit, weil wir die Namen anklären da kommen. Das ist ein bisschen wie Hinterland, das ist eine Kathedrale, wo wir da kommen, wo wir da kommen, wo wir da kommen, wo wir da kommen. Für uns nur noch mal eine Stunde. A9 Autobahnauffahrt nach uns Süd. Das war auch der Punkt, müsst ihr nicht auf die Autobahn zu sagen, Richtung L'Essillon, Port Jérôme, und anschließend von der Valle des Fonds des Parcs zur Gräserschaft des Alistos. Das ist ja da, in den Porträren, bei diesen alten Fonds des Parcs. und das ist die Zeit von mir. A9. A9.